Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Anfall von Rippendoktor. So, ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht, aber ich hoffe, es sollte trotzdem klappen. So, das heißt, wir starten jetzt den Bosskampf und dann werden wir noch sehen, was ich meine damit das Bild verändert sich. Beziehungsweise, wer halt schon das Kleine angespielt von damals noch kennt, weiß das Bild sich auf Kleinen zusammen schrumpft. Das hat auch einen Grund. Ja, dann werden wir ihn auch noch sehen gleich. Das ist alles. Das ist alles. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So take the craving, take away the craving Ready, get set, go! Take away the craving for me Get, get, go! I can't stand away from you 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 No more tries, no more night I can't stand away from you Finally find I can't stand away from you I can't stand away from you I can't stand away from you Stop! Tja, und da hätten wir den zweiten Akt abgeschlossen Okay, und da dachte sich, dass dann ein Herz aus der Brust sprengen würde Und da dachte sich dasselbe Und dann scheinbar Ah Guterin Das Beziehungsweise Wir sind gut dran Den Herzschlag Von beiden Auf Aller Wellenlänge zu bringen Und natürlich müsste der Typ im Hoodie wieder zurück in seinen Raum Raum Und er möchte länger hier sein Mh, okay Und Auf die Läptoren Äh Will ich sogar ein, dass Er länger da sein darf Und er glaubt nicht, dass sie sich Sorgen Um ihn machen sollten Und er hat Vielleicht endlich irgendwie eine Inspiration für seine Musik gefunden Und das ist natürlich Ohne Koffien Der Fall Das sind natürlich gute Neuigkeiten Und natürlich Und natürlich Sind Er wird beziehungsweise Äh Lichter Angewohnheiten Immer dazu da, dass man sie irgendwann vielleicht mal wechselt Beziehungsweise nicht wechselt, sondern ablegt Und Ehen ist natürlich zu spät Und Er war natürlich Auf der Suche nach Ehen Und Der Virus ist diesmal ein Kolon in der Barista gewesen Also der Virus vom Samurai Aber wir haben es natürlich schon gelöst, beziehungsweise schon beendet Und natürlich geht es den beiden jetzt besser Und wir sehen nach denen morgen wieder Und wir sollen scheinbar zurückgehen zum Anfangsraum So Äh So Verdammt Falsch So Okay Dann habe ich nochmal schnell die Einstellungen von meinem Monitor angeändert Dass ich wieder aufs normale Format zurückgreifen kann Und dann gehen wir mal zurück zum ersten Raum So Sie haben schonmal Die Leute überprüft, die wir jetzt Korrigiert haben, beziehungsweise Denen wir geholfen haben Aber es gibt immer noch andere Patienten hier Und denen sollen wir auch natürlich helfen Und die neue Methode wird das Ganze schnell beheben Oft Und Hier zumindest Und da kommt die andere Doktor Der andere Doktor Der natürlich das Gespräch, beziehungsweise das Meeting nicht stören möchte Aber wir sind Beziehungsweise die sind ja schon fertig mit ihrem Gespräch Und die haben noch nicht bei Mr. Steves Vorbeigesehen Ich brauche schonmal ziemlich lange um Da hinzukommen und das stören Was ist denn jetzt nicht vorbeiging Okay und Scheinbar haben die gerade Probleme mit Den Staff beziehungsweise Äh mit den Angestellten Es ist ein Schande, dass die bei dem Druck zusammenbrechen. Okay, warte warte. Okay, und die haben eine neue Krankenschwester angestellt. Aber die Pläne haben sich geändert. Okay, die haben eine G-änderung gemacht. Und eine Zeitänderung. Okay, und scheinbar sind die jetzt nur durch die letzten Angestellten, die übrig sind. Und wir haben bewiesen, wie effektiv die Behandlung ist mit der neuen Methode. Okay. Und Paige soll jetzt jeden Patienten untersuchen und irgendwie helfen. Und Ian soll alle auf die Änderungen vorbereiten, alle neuen. Und es soll verhindern, dass noch mehr Bugs im Programm erscheinen. Und das Hospital soll natürlich immer am neuesten Handelstand sein. Okay, ja. Haben die wohl ziemlich viel Arbeit vor sich. Und seine Schicht ist scheinbar vorbei. Er wird noch immer, um ein bisschen Arbeit zu machen. Genau, er muss nicht immer noch die Bugs beseitigen. Er wünscht uns natürlich viel Glück. Und er verspricht uns, dass es so schnell wie möglich zurückkommt. Okay. Na ja, ist ja nur noch vier, zwei, ruhig. Äh, jetzt gibt's ein bisschen Korn. Okay, wir haben ein paar Sachen zu machen. Und irgendwann haben wir ein Haustier hier eingebracht. Äh, anfänglich aus, wer hat's Korn. Okay, wir sollen rauskommen, wo das Haustier herkommt. Jetzt müssen wir währenddessen noch andere Sachen machen. Dann wäre es so natürlich eine Lebensrette, wenn wir das machen. Gar kein Problem. Kein Haustier. Beziehungsweise ein Vogel. Der Federn verliert. Ein Haustier. Ein Krankenhaus ist nicht so toll. Gerade mit der Hygiene. Okay. Wie können wir uns darum... ...einen weiteren Lied. Ah, den kennen wir ja doch. Er hat schon mal das Haustier hier reingeschmuggelt. Beziehungsweise die beiden haben das Haustier hier reingeschmuggelt. Acho mal wieder. Überall erst mal ganz. Aus 선생ern. Das ist das Haustier. Ich hab doch etwas gegründet. Und zwar nhìn die Hustier. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir haben alle erreicht. Das ist nicht schlecht. Und Pitch ist zurück. Und Logos Herz schlägt schon wieder. Unregelmäßig. Okay, und ich dachte, ich wäre bereit für ein paar Veränderungen, beziehungsweise Discharge. Ähm, wie weiß ich gerade nicht. Okay. Und sie fragten, ob irgendwas zwischen den beiden gelaufen ist in der Zwischenzeit. Also zwischen Logo und Haley. Irgendwas, das die Veränderung von seinem Herzschlag ist. Und natürlich können wir nichts sagen. Wir können natürlich nicht durch den Bildschirm sprechen. Okay, und Logo zum Reib benötigen scheinbar einen Checkup. Und die älteren Patienten, beziehungsweise Mr. Steve, muss ich sagen. Die sollen ja auch noch helfen. Aber irgendein neuer Patient ist schon mal aufgetaucht. Wirkt jetzt allerdings nicht so, als hätten sie sich verändert. Naja. Okay. Allerdings. Das, glaube ich, werde ich den Partner der Stelle auch schon überenden. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es zu sehen. Lassen wir uns. Und da es euch gefallen hat, wenn ihr nichts an solltet, könnt ihr gerne auch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Rhythm und Logo wieder. Ciao.